Ich hatte schon befürchtet, nach der Wahl wird es politisch langweilig. Aber was die SPD an Erneuerungskraft aufbringt, begeistert mich total. Sigmar Gabriel und Andrea Nahles bilden die verjüngte Spitze. Das spricht mich als Jungmenschen total an. Auch umweltmäßig. Was die beiden an CO2 binden? Die Partei rückt nach links und wenn sie es schaffen, Lafontaine abzuwerben, sind sie wieder vorn. Und die Amtszeit des SPD-Vorsitzenden soll begrenzt werden auf eine halbe Amtszeit. Morgen geht's weiter.